hey skatfreunde dienstagabend habe ich live gespielt mit thomas kinberg und eddie severowitsch also ein knackiger harter tisch und es waren auch wieder sehr interessante spiele und giftige verteilung dabei aus der ganzen fundgrube habe ich jetzt hier einfach mal zwei besonders sehenswerte spiele rausgesucht die ich nachträglich noch ein bisschen näher beleuchten wollte ja wenn ihr es noch nicht geschaut habt schaut dann gerne vielleicht mal rein wenn ihr neugierig geworden seite wenn ihr schon gesehen habt gibt das vielleicht trotzdem noch ein wenig extra einblicke also starten wir mal die erste partie war in der zweiten liste das zweite spiel im ersten spiel hatte thomas schon einen verloren und jetzt wurde er in vorhand von eddie und von mir angepasst und da muss ich als allererstes mal sagen hut ab und respekt thomas der sagt sich auch hier wir haben im live stream zuschauer die wollen kein eingepasstes spiel sehen und sagt also mit dieser möhre 18 gegen zwei gute spieler die auch für ihre defense sage ich jetzt mal bekannt sind also mit diesem roll mobs die 18 zu sagen das ist natürlich schon sehr gewagt wo nur ein ass dabei ist im stock dann auch mal die höchststrafe wenn man so will also keine echte verstärkung schlimmer geht es kaum und jetzt hat thomas erstmal beim drücken schon sich wohl überlegt das ding ist zu schwach um irgendeine standard drückung zu machen 10 augen herz 10 augen peak 20 augen das wären so die üblichen varianten man kann sich ja auch irgendwie in einer all in drückung jetzt sich hier eine oder gar beide 10er blank drücken thomas hatte noch eine andere idee die ihm auch schwer zu lesen und relativ selten ist er drückt drei augen in karo und hat damit eben auch bei einem fünftrümpfer die super ungewöhnliche konstellation 122 in der hand ist eigentlich was was ich in meinen trainings gerne erzählen beim fünftrümpfer gibt es diese seite farblängen in der bei karte eigentlich überhaupt nicht aber überhaupt man soll beim skat sowieso niemals nie sagen hier haben wir mal ein beispiel wo thomas es auf diese weise versucht und erschlägt den pik buben jetzt auf zum kreuzspiel ja jetzt hat er erst mal also glück ich zeige jetzt hier gleich mal die komplette verteilung auch weil da eine gewisse symmetrie ist die auch wieder ihre eigene schönheit offenbart also sowohl in herz als auch in pik hat eddie tatsächlich dame und könig und entsprechend habe ich jeweils ass 9 7 trümpfe stehen drei zu drei ist natürlich auch hilfreich und trümpfe stehen vor allen dingen auch noch so dass thomas mit dem blatt niemals über trumpf in mittelhand kommt also es war schon eine ganz interessante verteilung so pik bube hat er die erstmal laufen lassen von mir natürlich die kreuz lusche jetzt kam trump flusche trumpf ass von mir die trumpf 10 so ich meine man kann natürlich auch sagen wenn man in eddies karte vor allen dingen schaut der hat wohl diesen zweimal dame könig und drei trümpfen erst mal wenig anlass überhaupt anzunehmen dass wir ins spiel schlagen können dass das jetzt wirklich so eine gurke ist das kann er nicht so leicht sehen ich habe auch drei trumpfe ich habe zwar zwei asse aber auch völlig unklar der allein spieler kann auf in karo stark sein der allein spieler kann auf zehn könig dame stehen also eine stärke auch haben wo ich mit ass 9 7 gar nicht so viel machen kann also für uns im prinzip auch erst noch mal unklar dass wir hier so eine lerche sag ich jetzt mal am haken haben so was spielt er die nach entscheidet sich für karo könig also das ausspiel aus der kurzen farbe wollte er hier nicht wählen dann doch aus der stärke heraus karo könig karo 9 und das muss man sagen war jetzt natürlich für thomas schon sehr glücklich er muss ja jetzt das ass nehmen und an dieser stelle hat er jetzt sogar vielleicht könnte man sagen uns die chance gegeben weil er mutmaßlich in der annahme dass trumpf wohl zu viert steht zumindest der erste stich wurde getauft das hat getaucht das hat das so ein bisschen ja angedeutet dass dann eben 21 fielen hat es vielleicht schon wieder unwahrscheinlicher gemacht aber er hat jetzt tatsächlich den herz buben gespielt gar nicht so unwichtig dass er hier diese zwei augen quasi einstellt damit hätte er natürlich gegen vier trümpfe jetzt gegen die trumpfdame dann den den stich mit dem trumpfkönig etabliert aber es stand ja jetzt trumpf tatsächlich eins zu eins und wir hatten jetzt eben hier 28 augen liegen so er die kommt also es konnte ja gar nicht besser laufen mit der karo 10 und was soll ich jetzt da bitte in mittelhand machen also ist ich muss ja wohl mich für ein ass entscheiden das habe ich auch getan und so gesehen lag dieser ausgesprochen sehenswerte stich karo 10 pick ass auf dem tisch den thomas gestochen hat natürlich und damit war er jetzt wirklich schon ganz schön weit aber noch mal einmal durchzählt es sind noch 60 tatsächlich möglich denn wir haben 28 augen liegen in herz können immer noch die 28 fallen und wenn wir also pik könig heim bekommen sind wir noch auf 60 also öffnet thomas nicht pik damit macht das uns zu leicht den pik könig zu nach hause zu bekommen und die karte wird auch schnell verraten sondern er geht in das elendend mit herz rein herz lusche herzkönig ich tauche natürlich ja und jetzt ist eddie am stich und wir können das spiel schlagen wenn eben jetzt herz damit zurückkommt und eddie weiß ja auch schon was gedrückt ist aber trotzdem dieses sehr ungewöhnliche muster mit 2 2 und 1 ist schwer zu sehen und es kann natürlich auch immer noch sein dass da eben die herz 10 noch einfach bestellt ist und ein blanker pik pik 10 im keller pik 10 im keller ist natürlich quatsch geht ja gar nicht pik 10 noch bei mir und eine blanke pik lusche irgendwie beim thomas und dafür die beiden karos gedrückt auch auf super ungewöhnlich also das ist der grund warum eddie jetzt die situation in dem moment nicht in unserem sinne ganz korrekt beurteilt sondern den pik könig spielt ja ich zeige es auch deswegen weil wann erwischt man eddie mal bei einem fehler ist das jetzt ein fehler ich dachte erst ja weil er die drückung schon kennt aber wenn ich es mir jetzt hier wieder anschaue auch nein weil es gibt auch noch eine andere plausible verteilung schreibt mir gerne mal in die kommentare wie ihr das ding jetzt fortgesetzt hättet jetzt war es natürlich so dass thomas auch aufgepasst hat und genau wusste mit der pik 10 macht er hier den sack zu und hat das spiel allen so allen ernstes jetzt mit 61 augen gewonnen und ja also wirklich eine sehenswerte partie dann gab er gab sich im vorletzten spiel der letzten serie auch noch mal ein weiteres highlight wieder war thomas der allein spieler und zwar schaute er in mittelhand auf folgende karte er hatte die drei unteren buben das schon mal ganz schön ist er hatte das kreuz erst zu dritt mit 9 und 8 das war es dann soweit im prinzip mit den guten nachrichten jetzt wurde es ein bisschen dünner pik 10 immerhin noch dabei einen blanken herzkönig und karo 9 und könig die taktische situation in der in diesem moment war die dass ich die liste schon mit vorsprung gewonnen hatte und thomas also vor zwei spiele vor schluss das war das vorletzte 28 punkte vor eddie lag so die hatte in der hand wir tun es ja ich kann es ja auch direkt mal offen zeigen wird sich sowieso gleich herausstellen fünf mal karo blanke pik 8 dann hatte er einen blanken kreuz könig und herz ass 9 7 das war also eddies karte mit der er auf meine kleinen ein bisschen hübscher so im stock fand thomas gleich diese beiden und so gesehen war das meine restkarte prinzip diese symmetrien die ich immer auch ganz nett finde die haben sich auch hier wieder gezeigt also ich sitze in hinterhand auf drei drillingen dabei zweimal die 10 zu dritt mit dame und lusche und dem kreuz buben wie gesagt die hat hier ein bisschen was und thomas bekommt das spiel bei 18 und fand jetzt relativ gut pik ass und 9 die drückung damit relativ klar und unstrittig die beiden roten könige gedrückt und jetzt ist natürlich denke ich klar dass das der kreuz das beste spiel ist der ist bei gerade ohne gegenreizungen extrem schwer zu verlieren auch da wäre die karte richtig hätte die karte richtig presst dagegen gesessen aber die analyse zeigt dieses spiel würde gegen optimales spiel mit 61 augen gewonnen werden thomas entscheidet sich jetzt aus taktischen gründen für den gang und dieser gang hat ja auch eine chance naja wohl schon deutlich also über 90 prozent auf jeden fall im endeffekt sobald er ein volles zu stechen bekommt und da sind ja schließlich vier unterwegs klar er muss karo einmal bedienen aber da fallen auch nicht immer sofort die 21 also wenn er ein volles zu stechen bekommt mit den acht augen gedrückt und seinen drei eigenen vollen dann kann er eben den buben rausspielen wird er noch mal stechen können also dann hat er die vier vollen und so viele bilder das wird ihm dann irgendwie reichen ja selbst wenn das nicht gelingen kann er immer noch die kreuz 10 bekommen also er hat wirklich sehr viele optionen sehr viele möglichkeiten deswegen der gang sicher entscheidung die absolut nachvollziehbar ist und wenn er den gewinnt dann hätte er den halt im letzten spiel nur noch mit einem spiel größer als 72 kontern können das war natürlich die überlegung dahinter warum er dieses risiko eingeht wobei man ja auch sagen muss der gang ist schon so gut den spielst du vielleicht sogar auch im mehr serienturnier sogar noch als krank ohne gegenreizung okay karte sitzt giftig trotzdem musste jetzt schon einiges passen bei uns und das sah dann wie folgt aus karo 10 kam von eddie okay die karte ist jetzt natürlich noch logisch allein spiel spiel krank lange farbe vollen auf den tisch die 10 weil er mir noch eine extra information geben will und auch gar nicht unbedingt damit rechnet dass er bedient wird er wird aber bedient und jetzt wird ich natürlich eine 10 wimmeln das ist ja klar ich habe auch gar keinerlei anhaltspunkt welche hier richtig ist also im endeffekt schon eine 50 50 entscheidung die ich jetzt zufällig muss man sagen einfach richtig getroffen habe ich habe jetzt hier herz 10 geschmiert 20 augen für uns eddie mit dem karo ass nachgesetzt thomas hat gestochen den habe ich natürlich übernommen 35 so jetzt sind wir schon so ein bisschen auf der auf dem guten weg tatsächlich muss ich mich jetzt für den nächsten zu auch gar nicht super krass loben es gebe mehrere karten die hier uns noch im rennen halten kreuz 7 hätte ich spielen können pik dame oder könig hätte ich spielen können nur herz dame oder pik 7 hätte nicht zum erfolg geführt ich habe mich entschlossen für die herz 8 aus der ja mit verdeckten karten irgendwo auch logischen überlegungen jetzt habe ich jetzt 10 gewimmelt jetzt habe ich mich für herz entschieden ich vermute ja eher dass ich dass sich das herz ast beim thomas befindet und daher herz 10 geschmiert habe habe ich sowieso mich im endeffekt festgelegt dass er das hoffentlich dann nicht zu dritt oder zu viert hat also will ich ihn eigentlich nur ganz easy einspielen und jetzt kommt glaube ich der moment wo eddie seine klasse wirklich zeigt und er hat auch wenn ihr euch das video anschaut im prinzip überhaupt nicht darüber nachdenken müssen einfach komplett das spielgefühl ich behaupte einfach mal 95 wenn ich 97 von 100 spielern legen hier jetzt einfach das herz ast drauf es ist ein gang boing du kannst nicht null augen anbieten herz ast drauf herz ast drauf thomas hat sofort gewonnen eddie legt die herz 9 drauf das ist natürlich nichts was zum stechen einlädt thomas wirft eine kreuz lusche ab und hat jetzt ja zwei drillinge und kann im endeffekt aus beiden nicht so richtig gut abwerfen bei pik weiß er noch nicht mal ob er den stich abgibt wenn er 2 2 steht kreuz ist etwas schwächer deswegen wirft er hier kreuz lusche ab und nicht pik lusche und jetzt gibt es tatsächlich nur eine einzige karte die das spiel für uns im rennen hält und auch da sage ich das hat eine mikrosekunde gedauert da lag die auf dem tisch und ganz viele spieler hätten doch jetzt gesagt komm karo hat er gestochen mein partner hat nichts weiter geht es mit karo dame was das problem wenn ihr karo fortsetzt ja das herz ast wird zum alleinspieler wandern es gibt dann keinen platz mehr für das herz ast es wird natürlich die nächste kreuz lusche abgetragen und das war es dann so herz nachzusetzen hilft auch nicht pik acht hätte klappen können aber da hätte thomas den konter wenn er pik aus raus nimmt die 10 nachspielt und dann mit der lusche mich einspielt fällt zwar herz ast drauf auf 50 aber dann komme ich von hinten muss aus der kreuz 10 bestellt antreten kriegen wir nur noch zwei bilder übereinander gedicht bleiben wir also bei 56 stehen die einzige karte die das spiel jetzt quasi schachmatt setzt und die auch wirklich rasend schnell kam ist der kreuz könig ja und fragt er die gerne wie ist er darauf gekommen wie hat man dieses spielverständnis all das was ich gerade recht ausführlich erläutert habe dass da braucht er eben gar nicht darüber nachdenken das hat sich so eingespielt es muss jetzt diese kurze farbe kommen wo eben der abwurf war das ist die schwäche das ist unsere einzige chance beziehungsweise mit der karte kann man nichts kaputt machen in dem sinne wenn es überhaupt noch zu schlagen ist das spiel dann kann der kreuz könig das nicht kaputt machen ja die meisten augen hätte thomas gemacht wenn er jetzt raus nimmt und dann irgendwie beliebig fast fortsetzt dann waren noch 60 drin er wollte natürlich idealerweise das spiel gewinnen und ist deswegen getaucht was aus der sichtweise sicher auch die größten chancen da lässt jetzt zog sich die schlinge natürlich zu denn das war jetzt auch kein schwerer zog mehr hier kreuz zurückspielen entweder mein partner hat noch ein bube was komplett unrealistisch ist aber ansonsten spiele ich eben thomas einfach wieder ein und erlaube ermögliche den abwurf der blanken pik lusche und damit war das spiel jetzt im letzten stich mit pik könig und herzass mit 64 augen für uns und 56 für thomas geschlagen und ja ich sag mal so schaut euch das gerne noch mal an im video müsste es ganz am ende gewesen sein vor dass das spiel wie gesagt und ihr habt ihr alle details könnt entsprechend jetzt auch nachvollziehen wenn daniel solche stories erzählt die hat er sich nicht ausgedacht zumindest hier ist bewiesen dass das hinhaut und lasst mich gern wissen ob wir diese partien auch so interessant fandet wie ihr die runde am dienstag bewertet wenn ihr das noch nicht getan habt damit wünsche ich euch ein schönes wochenende und wie immer gut blatt mehr ihr Untertitelung des ZDF, 2020